Ich lese aus Johannes Kapitel 11 Es war aber einer krank, Lazarus von Britannien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die dem Herrn Gesalt seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Er im Promenatzhaus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der Indonipas ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jeder krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann sagte er zu den Jungen, lasst uns wieder nach Judea ziehen. Die Jungen erwarteten ihn, Javi, eben noch wollten sich die Juden steinigen, und du besetzt dich wieder dorthin. Jesus antwortete, Jesus erwiderte, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprach sein Junge, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinen Toten rein. Sie dahin meinte, er erinnerte vom natürlichen Schlaf. Daraufhin versagte es ihnen, Jesus frei heraus. Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euren Willen, dass ich nicht dort gemessen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilligen genannt wird, zu den Mitjungen, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grab liegen. Entschuldigung, Italien, aber war nah bei Jerusalem, ungefähr fünfzehn Stadien weiter entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen, um Martha und Maria hinzukommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haufsetzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch und jetzt weiß ich, was immer du von Gott verbinden wirst, das wird der Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, will leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Größte bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, bringen sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, Der Meister ist da und ruft dich. Als dieser es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell ausstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dort hinkam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weilte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weilten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprach zu ihm, Herr, komm und sieh, Jesus weilte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hoch die Augen empaust, sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, wendet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Endlich aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun, denn dieser Mensch tritt viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jedem Jahr Hohenprister war, sprach zu ihnen, ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als das ganze Volk zugrunde geht. Dies freundete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jedem Jahr der Hohenprister war. Weiß, sagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Von jenem Tag an verratsschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Jungen her, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt namens Ephraim und hielt sich dort auch mit seinen Jungen. Es war aber das Passa, der Juden nahe, und viele aus dem ganzen Land gingen vor dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. Dann suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen. Was, meint ihr, kommt er nicht zu einem Fest, sowohl die obersten Priester als auch die Pfarrer Seher, hatten aber einen Befehl gegeben, dass, wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen soll, damit sie ihn ergreifen könnten.